Um den Substitutionseffekt der Preiserhöhung der Kartoffeln zu messen, erhält der Konsument einen Zuschuss zum Budget, sodass er den Nutzen in der Ausgangslage wieder erreicht. Die entsprechende Aufwärtsverschiebung der neuen Budgetlinie führt dann zu dem Tangentialpunkt C. Der Vergleich von A mit C zeigt, der Substitutionseffekt funktioniert normal. Die im Preis gestiegenen Kartoffeln werden gegen das relativ billiger gewordene Fleisch getauscht. Den Einkommenseffekt messen wir in der Veränderung von C nach B. Von den Kartoffeln, die von dem Haushalt ja als inferiores Gut angesehen werden, wird mehr konsumiert. Mit dem Kaufkraftverlust seines Budgets, der den Haushalt ärmer macht, fragt dieser zwar weniger Fleisch, aber dafür zusätzliche Kartoffeln nach. Diese Zunahme des Kartoffelkonsums aufgrund des gesunkenen realen Einkommens übersteigt den reinen Substitutionseffekt. Das Resultat? Insgesamt steigt die Kartoffelnachfrage trotz des höheren Preises für die Kartoffeln. Die Fleischnachfrage sinkt. Deine Deine Die Untertitelung des ZDF, 2020